Lothar! Lothar! Ich hab's, Lothar! Lothar, ich hab's! Du, Lothar, ich hab jetzt in letzter Zeit ganz viel klassische Musik gehört, besonders Bach. Also Bach, da kann ich mir vorstellen, dass das mein Lieblingskomponist wird. Ich hab die Goldberg-Variation rauf und runter gehört. Das ist eine Offenbarung, Lothar! Lothar! Lothar, ich hab's! Lothar, ich bin Wissenschaftler an und für sich. Wissenschaftler für alles, Lothar. Und ich hab schon lange, lange, lange war ich auf der Suche nach einem neuen Forschungsprojekt. Und jetzt hab ich's, Lothar! Klassische Musik! Wir waren doch neulich im Konzert, weißt du noch? Ja, das war furchtbar! Lothar, und deswegen, also ich hab mir überlegt, dass ich klassische Musikkonzerte erforschen möchte. Ja! Jetzt fehlt mir nur noch eins. Eine kompetente Musikerin. Eine Musikerin, die keine Angst hat vor Hasen, Puppen und Musikwissenschaftlern. Kennst du jemanden, Lothar? Da fehlt mir eigentlich nur einer ein. Ruf Bernadette an! Bernadette? Ja!